Hallo liebe FFH-Hörer, auch ich habe es jetzt zum Olympischen Dorf geschafft und morgen geht es auch schon los mit den zwei Tagen Siebenkampf. Ich freue mich riesig. Es ist eine wunderbare Atmosphäre hier im Olympischen Dorf. Trotz der vielen Bestimmungen und Maßnahmen haben wir trotzdem viele schöne Begegnungen schon hinter uns und es geht mir gut. Ich hatte eine gute Vorbereitung mit mir, Saki im Vorbereitungstrainingslager. Die Betten sind gewöhnungsbedürftig, aber auch gut. Wir haben ein tolles Apartment, eine gute Stimmung im Team und ich freue mich jetzt auf die kommenden zwei Tage. Olympisches Flair, meine zweiten Olympischen Spiele und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und viele schöne und besondere Momente. Bis bald, eure Caro.